Als Kinder sind wir noch, sprühen wir noch vor Kreativität und Drang, etwas haben zu wollen. So, ey, sag mal ein Kind, nee, kriegst du nicht. Ey, Kinder sind noch so, die geben Gas, wenn sie was wollen. Und dann in der Schule werden wir so in dieses Hamsterrad so reingebuttert, dass wir bloß nicht selber frei werden wollen, bloß nicht ein eigenes Business eröffnen können, wo wir finanziell frei werden, ortsungebunden. Nein, das gibt's gar nicht. Wir sind, wir werden geschult, dass wir die Fresse halten und dass wir für jemand anderes Geld verdienen. So, ins Sklavensystem rein. So, und da wird halt die Kreativität, zack, rasiert. Aber das Ding ist, wir sind da, egal in welchem Bereich im Leben, sind wir da, wo wir sind, weil wir das denken und machen, was wir machen und denken. Und es ist so ein einfacher Grundsatz. Wenn ich irgendwo besser werden will, dann muss ich das ja trainieren. Es gibt nichts Logisches. aber deshalb. Vielen Dank.